Wolfsburg mit perfekter Bilanz, Bayern und Essen mit Remis Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Siegeszug in der Bundesliga fortgesetzt und mit dem fünften Erfolg im fünften Spiel ihre Titelambitionen untermauert. Der Dable-Gewinner setzte sich 3 zu 0, 2 zu 0, gegen den SC Freiburg durch und weist bei 20 zu 0 Toren eine makellose Bilanz auf. Nölle Maritz, 19. und Liga-Top-Torjägerin Evia Pachor, 39. und 49. erzielten die Treffer für das Team von Trainer Stefan Lech. Wolfsburg, 15 Punkte, steht da mit 5 Zähler vor Wiesemeister Bayern München und der SGS Essen. Die Essenerinnen kamen bei Rekordmeister 1. FFC Frankfurt nicht über ein 1 zu 1, 1 zu 1 hinaus, München musste sich beim sechsmaligen Meister Turbine Potsdam mit dem gleichen Ergebnis begnügen. Nach dem frühen Führungstreffer von Rieke Diekmann, dritter erzielte Nationalspielerin Nicole Rolse in der 19. Minute den Ausgleich für den FC Bayern. Die TSG Hoffenheim konnte sich nach zuvor zwei Niederlagen in Folge klar mit 4 zu 0, 0 zu 0, gegen Werder Bremen durchsetzen. Die Norddeutschen verloren damit das vierte Spiel nacheinander. Die Aufsteiger Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen mussten nach dem turbulenten 4 zu 4 am vergangenen Spieltag jeweils Niederlagen hinnehmen. Punkt. Die Glattbacherinnen unterlagen 1 zu 3, 1 zu 2, beim MSV Duisburg, Leverkusen verlor beim SC Sand mit 0 zu 3, 0 zu 1.